Und ja... Mal schauen... Speziallevel 1 Blende des Sonic Hotels haben ein Chaos Emerald... Ja, wer hätte das gedacht? Krieg ich ein extra Leben? Jo... Sehr nett... So, Bosszeit, ne? Oh, da ist so ein Boss... Der Schrottgigant... Klingt ja schonmal geil... Und halt, ich will Ringe haben... Definitiv will ich Ringe... So... Holla, die Waldchen... Äh... Achso, das waren Ringe... Wow... Ich falle und falle und falle... Und hier ist alles rot... Alarmstufe rot und so... Na gut, dann schauen wir mal den tollen Giganten... Ja, Tails, du stirbst einfach mal... Aber kommst sofort wieder... So Eggman, was hast du vor? Du hast einen Schrottgigant... Ähm... Ja, und jetzt? Hm... Wow... Wow... Take it! Ach, du Heiliger... Ähm... Ähm... Ja... Ähm... 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 Ja... Ähm... Ähm... Ja... Ja... Ja, wir müssen auch... Ich sollte auch mal aufpassen, wo die ganzen Kisten hinfallen... Damit wir Eggie eine verplätzen können... Ja, das sieht man ganz gut an den Pfeilen, die da immer dicker werden... Ähm... Ähm... Achso, mit Spikes... Ja... Mit Spikes und sie werden immer schneller... Ja... Ja... Nein... Ja... Nein... Okay... Du alter Kletteraffe... Ja... Aber das scheint noch zu gehen... Also... Da habe ich schon... Da war der erste allererste Boss... Ja, schwieriger als der hier... Ja... Was natürlich jetzt nicht heißen sollte... Dass ich unbedingt drauf gehen will... Oh Eggman... Zack... Erwischt... Achso... TNT-Blöcke gibt's ja auch... Sicher jetzt erst... Ähm... Oh Gott... Also das geht manchmal richtig schnell ab... Okay, ich bin jetzt gestorben... Ja, aber... Wir brauchen dann den ganzen Weg da hin... Aber egal... Der Bosskampf ist cool... Und ich hoffe mal, dass ich... Den besser hinkriege jetzt als... Den anderen davor... Weil den habe ich ja mal gar nicht verstanden am Anfang... Und äh... Ja, den kann man gut verstehen... Na... Ich dachte, man könnte es wegdrücken... Ach komm Eggie... Beeil dich... Eggie... Eggie... Du alter hinter... Platziger... Sauersack... Ja, ja... Komm... Der baut echt aus jedem Scheiß was. So. Dann wollen wir mal zur Sache Combat Eggman. Dann spielen wir mal wieder eine Runde Tetris. Ah Mist. Das kam mich nicht an. Ah doch. Hat noch gereicht. Aber diesmal sollte ich auch. Boah man muss auf so vieles achten bei dem Boss. Ja hier kann man glaube ich. Haha. Betroffen. Ja so ist gut. Bei meinem Glück rastet er da vielleicht wieder voll aus. Ach schade. Hä? Hat wohl nicht so gereicht. Wie ich es mir hofft habe. Ah jetzt kommen wir schon wieder die Spikes. Na komm mach deinen Luke auf. Ja. Oh. Hat Tate ihn jetzt ungemütet? Das ist cool. Ähm. Die Spikes allerdings sind nicht cool. Na komm. Da. Au. Fuck you. Nein. Das war. Nicht mehr ausweichend. Und natürlich kletterst du. Ja ich renne auch noch immer in die. Ah jetzt habe ich gehofft und ich falle auch immer wieder auf die Stacheln rein. Du 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 du. Mir wäre es lieber wenn er mal da unten weiter aufhüllt als Stadt. Komm Eggman. Ich verplette dir nur eine. Und gleich macht sie Boom. Alter. Zu viele Kisten auf einmal. Mach deine Luke auf. Wenn ich dich einfach kletten kann. Mal wieder. Da. Oh man. Chillt. Ich tue es doch auch. So. Noch ein Slatter. Aber der ist glaube ich doch schon recht einfach. Warst du das? Ähm. Was macht der? Eggman. Ja auch. Was machst du? Hä? Was passiert? Hä? Öh. Ähm. Muss ich jetzt hier so folgen? Anscheinend. Hä? Hä? Ich glaube hier ist gerade nicht was sie von mir wollen. Ähm. Hä? Also den Teil kapiere ich jetzt gerade so nicht. Hm. Hä? Also er springt nur hin und her. Hä? Jetzt habe ich es kapiert. Ähm. 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 ach so ja ich habe es verstanden ja kommen wieder in die mitte durch nein das solltest du nicht machen doch ja ich meine ich würde mal sagen das war's für dich du ekelhaften ja da haut er schon ab was wir auch tun werden alter falter hat aber gut geklappt wie ich finde ja wir machen direkt weiter mit dem nächsten akt zwei was können ich habe den bock weiter zu spielen und das werden wir auch speichervorgang ah white park schneeweißes wunderland weihnachtlich sehr schön richtig schön das nennt mich jetzt an sonnige wand 2 ein bisschen aber nur ein ganz kleines bisschen oh lawine boah ist das ein geschwindigkeitsrausch hier gerade ja aber sowas von wie ich die einfach mal wegrolle alles hat ich bin eh schneller als die kugel ähm ja ist ok ich denke mal wir müssen hier hoch oder wir können keine ahnung das ist ja blind da kann man ja lang gehen wie man will durchflitzen wie man will aber es ist ja auch sehr laut das ist maxnol antworten auch noch ne lawine aha du war voll verarscht hack und du bist tot und du ja wobei Maschinen und sterben naja wow wer bist du denn Ah! Ein Gegner, den man zweimal treffen muss! Ja, warum nicht? Aber eine nette Idee! Wow! Toll! Du Sau! Und einfach durch! Ah! Wir gehen mal oben lang! Wow! Lawine und wir würgeln einfach weiter! Also wenn man da nicht auf Touren kam, dann weiß ich aber auch nicht! Ach komm, das machen wir direkt nochmal! Und ab dafür! Ach, sieh mal einer an! Ja, das ist auch nicht schlecht! Ich hoffe, ich frag mich ja, wie lange das noch gut geht! Ach nee! Snowboarden geht also auf! Oh nö! Auf den hab ich keinen Bock gehabt! Deswegen hau ich hier mal ganz schnell ab! Ähm! Ähm! Ja! Spikes! Die... Ja! Wollen wir nicht berühren, aber Tails tut's! Das macht ja nichts! Naja! Naja! Wir wissen's! Nette Idee! Sich so da durch zu wühlen! Oh! Mit dem ganzen Schneematsch! Ja doch! Aber ich muss sagen! Richtig cool! Ähm! Ach so! Bitte in die Richtung links! Danke! Aber direkt hinter uns der Weg wird direkt zufrieren! Ach ja! Ehrlich! Und direkt mit Vollspeed hier durch! Wow! So! Ich weiß schon gleich mehr wo ich bin! Ähm! Bald am Ziel vielleicht? Oh! So viele Bumper! Ist schon leicht übertrieben! Was mach ich hier gerade? Ah! Durchflitzen! Und den nächsten Akt! Eine Spezialzone! Das ist gut! Also ich muss sagen! Die Zone geht bis jetzt richtig geil ab! Und ein Leben! Das ist schön! Das gefällt mir! So muss es sein! Kann ich das wegkriegen? Nö! Ach! Die nächste Spezialzone! Vielleicht auch schon der nächste Chaos Emerald! Lass mich raten! 100 Ringe! Ähm! Woher wusste ich das? Weil es war in ähm... Sonic 2 nicht anders! Ah! Schockierend! Ja cool! 150! Würde ich jetzt einfach mal so tippen! 200! Okay! Aha! Ähm! Ja gut! Das hier ist... Ah! Doch schon ne Klasse für sich! Wow! Bomben! Aha! Ne ne! Ja aber wir haben 200! Das reicht! Okay! Jetzt werden die Spezialzonen richtig anspruchsvoll! Und ähm... 300! Oh! Ich kenn den Film 300! Aber... Gut! Dann sammeln wir halt hier... Außen seit mal 300 Ringe! So! Na Mist! Sofern wir es hinkriegen! Ja die Störung hier ist schwer! Nein! Das reichte nicht! Fünf Ringe zu wenig! Ja! So sieht es aus wenn man es wohl verkackt hat! Na ja! Was soll's! Was soll's! Oh! Da fährt der andere um! Egal! Wir machen doch mit dem nächsten Akt weiter und bekommen 100 Pro kein extra Leben! Doch! Otter! Wieso! Damit waren wir doch schlecht! Damit waren wir doch schlecht! Damit waren wir doch schlecht! Ja!